Taschenberg Palais Das ehemalige Palais der Gräfin von Kosel wird seit der Wende als Nobelhotel genutzt. Hier übernachteten unter anderem Barack Obama, Vladimir Putin und Jacques Chirac. Das Palais war ein Geschenk Augusts des Starken für seine Maîtrez Konstantia von Kosel. Mit diesem seinem Erstlingswerk empfahl sich der Baumeister Matthias Daniel Pöppelmann für größere Aufgaben. Am Ende wurde er zum Baumeister des Zwingers berufen. Aufgrund der orientalisch anmutenden Inneneinrichtung hieß das Palais zunächst türkisches Haus. Nach der Verbannung von Gräfin Kosel vom Dresdnerhof wurde das Gebäude für den Kurprinzen umgebaut. Bei den Portalbauten orientierte sich Pöppelmann an dem von seinem Berufskollegen Bernhard Fischer von Erlach erbauten Palais Lobkowitz in Wien. Im Zweiten Weltkrieg brannte der gesamte Gebäudekomplex aus. Die Ruine blieb bis 1990 so gut wie unverändert. 1995 wurde in der von Grund auf renovierten Anlage das erste Fünf-Sterne-Hotel in Sachsen eröffnet. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel-Mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos. Testen Sie die Sizedpor- tego D bills. Testen Sie die Säme-Based versIP. Testen Sie die Säme hoch Dy cors 이�空 hier als 4 mm Sol.